was geht ab tight heute macht die challenge kommt gerne die challenge an und wie heißt es auch die steigzeit waffen und zeitwaffen ist so lächerlich ich habe nur bögen gefahren jetzt finde ich nur und zeitwaffen das ist doch eine verarschung selbst wirklich alle abfahrt ist gleich okay leute der runde angekommen ich würde sagen lang war wieder kolossal crops der hoffte ich hasse es ja bitte ich hasse nicht die stadt ich mag die stadt folgt bei gar die beste stadt vor dem rest hier alles aber bitte ich tu mir ein gefallen landet nicht hier gegen das mein lieblingshaus bei bade aus wenn ich da nicht landet die runde schon von uns das beide scheitern das beide scheint gleichland da damit keiner landet das schon mal da ist wo geht ja wahrscheinlich die maschinenpistole in uhrzeit hier vorher gesucht habe ich ich mein leben hier sieht rumpen uns geht diese wird hoffentlich kommt muss schützen hier zwei stunden zu tun als ob man der bus ist nichts was geht wird der einzige brust hier kreuz spiele youtube die entdeckte tasche sie dann für die tipps schuldig an und als die tv prägt es wurde die einfach nicht war ja wir sind hier schon gute leute bitte richtig heißen feuer was die feuerbogen ich meine natürlich ich meine natürlich so die boge und jetzt hier fähig mitnehmen hier sind die uhrzeitwaffen danke geben doch jetzt mal ein nice buchmann die waffel mit notwehr notwehr ja buch ist keine waffe stimmt der ist ruhig zu sagen für den gegen diesen buch ist gar kein waffel selbstverteidigung drei bogen nice aber könnte sich impulsbogen stinkbogen und feuerbogen sein wenn das so flammbogen ja hier ist die waffe ja ja ich wusste ich mache die challenge bogenchallenge ich finde die dümmsten bogen ich finde nur so geile uhrzeitwaffen ich mache uhrzeitchallenge ich finde die geistenbögen was soll denn das leute ich werde die city vermissen hier ist mein gage das was mein weinemote ich werde ich nicht vermissen Ja, die schießen mich jetzt runter. Die kleine Piratenberge. Jetzt in der nächsten Runde. Alles halt so tryhard, flex doch nicht, du kleiner. Ja, tschö, das ist ein YouTuber-Kid, freu dich. Ja, flex, mein nächstes bisschen Video. Ja, schneid dich raus, Kappa. So Leute, wie sagt man, wieder Colossal Crops. Ich werde dich nicht so vermissen, ne. Ich weiß gar nicht, gefühlt habe ich die Season nie gespielt, obwohl ich Level 205 bin. Ich sag euch ehrlich, ich lebe von den Neugorten am meisten und am liebsten und am gernsten. Was lebe ich? Schwere... Schwere... Deutsche Sprache, schwere Sprache. Nice, hier landet noch keiner. Gpieppe nicht! Wird dir B 잠깐만? Danke, Jäger. Ich hab mein Haus hier어나 genutzt, das ist reserviert. Bist du aber BB а.... danke für die geiglose ich benutzen darf ein kreiberg war es besser nein doch mach ich also kann sein ist auch egal ich habe die schäle ich schon wollte schon am anfang der wiesling machen die ersten paar tage aber egal ich hab's auch von der climax gesehen habe ich schon immer abguckt habe ich selber nicht oder von grüßtack auf jeden fall abonniert mal bitte ein climax und grüßtack genau 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 gewollt gg folgt und jetzt wollte mich für die wollte mich ver-schäden? Woh, da ist mein Leben. Keine Ahnung. Ja, nice. Hä? Das ist gar kein Lila da. Ich dachte, es wäre ein Pulsbogen. Egal. Aber trotzdem, okay. Ein wilder Oxy, macht sich auf die Lauer. Oh, das ist ein Bot, die gibt mir Hackshops. Oder nicht? Zu wild ist der Gegner. Ein wilder Bot. Ha! In der Luft geholt. Das war kein Camp, das war... Ja. Auf den richtigen Zeitpunkt gewartet. Oh, Leute. So viel Schilddrücke. Nein. Ihr wisst, dass das heißt. Wenn man die Mips hört, dann sag ich die Gäste. Ich... Sollte man die Mips nicht hören, dann... Ich... Mein Leben. Ich bin... Okay, hören wir auf mit Mips. Hier ist unten ein Opa-Lumpa, der, glaube ich, ein Hackshops kassieren will. Och, komm, ich bitte... Och, komm, ich bitte... Okay, wir wissen alle, dass du krass bist. Schilddrückebasis. Stab zu nehmen. Ohnein... Ich... Welchen? Ich bin... Ohnein... Ohnein... Du... Você... Wie ist es? Was... Kein... Ich... Der... ... Gäste... Das... wo ist der soll ich blicken da ist die gar da ist jeder der sagte schon bei der lüge darf man nicht sagen okay schwebt euch okay spaß schummelt wirklich okay okay ich sag mich jetzt schon mit für euch ne damit es ein geiles video wird sondern keine richtige challenge aber ich will dich hier verkacken nein es hat nichts mit eigenspielen zu tun ich spiele einfach mit pro controller nicht mit dem ich gut spielen konnte ich habe den ganz handy angeschlossen jetzt geht er nicht mehr doch der geht aber ich bin zu faul dich anzuschließen beziehungsweise ich hab's versucht aber es geht nicht richtig jetzt mir den fachst du schon Maschalein, Fischkopf, mich selber. Spaß, bis die Leute wirklich mal wieder pushen muss. Abonniert mal bitte alle auf Ehre. Wer ist der? Sitachi, Kreuzsprünge, ja die auch. Und die dann vielfältig. Ich meine, wie heißt der? Klicksme, ja genau, Klicksme. Ich wollte eigentlich den Flop haben mitnehmen, aber egal. Ich weiß nicht, ob man so easy kicken kann. Leute, hab ich mit Boden gekillt. Ich kann mir nichts sagen, dass ich schummelt. Ich hab mich immer mit Boden gekillt, gefinisht. Ja. Genau deswegen hab ich abgebrochen, Junge. Ey, hör auf, hör auf. Wir haben es entstand, dass du ein nice Meme bist. Und ich ein dreckiger Cheetah-Kapper. Das ist das aber... Ich werd zu sterben, ne? Es existiert Karma und sowas, ne? Einfach gut Karma. Sowas, ne? Ich hab's verdient. Ich gönn's dem. Ich gönn's dir, ne? Ich gönn's dir, ne? Ich gönn's dir, ne? Vom ganzen Herzen gönn's dir. Du... Du kleiner... Wieso nimmst du mein Skinder mal nach oben? Aber okay, ich hab Karma kassiert. Geh mich ganz auf und ehrlich zu. Einfach nur ein Shellich kassiert, weil ich nicht richtig mein Shellich gemacht hab. Egal. Okay, Leute. Ihr wisst, wie ihr abonniert sollt. Mich natürlich. Hehe. Und... Ich bin YouTube natürlich. Und Hitachi. Creator kommt Hitachi. Punkt. Sie langt für 40. Das war's mit der Werbung, Leute. Erzählen. Das war's mit der Werbung hier. Ähm, ja. Und... Na, Moin. Das geht ja auch. Ich hab's noch nie gemacht, ne? Ich schwöre. Und was geht auch noch? Ähm... Nee, was soll ich sagen? Ja, und lasst ein Like und Abon da. Ciao, Leute. Bleibt gesund. Hatte. Ciao. Man kann... Warte, man kann bauen damit. Ja, Boy. Egal. Ciao. Bleibt gesund. Mit Freude. Hadi.